Heute testen wir das Boarding House Hugo 18 in Kandl. Ja, und ich würde fast schon sagen, es ist ein kleiner Geheimtipp, wenn ihr in der Südpfalz übernachten möchtet. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, denn bereits nach einem kurzen Intro werdet ihr mehr darüber erfahren. Ab geht's! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Kanal, auf der Suche nach dem Glück. Mein Name ist Susch Vincenz und wir testen Hotels, wir testen Apartments, wir machen Reisevideos. Und wenn dich das interessiert, dann lass ein Abo da, drück die Abo-Glocke, damit du keines unserer neuen Videos mehr verpasst. Heute testen wir das Boarding House in Kandl. Perfekt für eine kleine Familie oder für zwei Personen. Recht viel Platz mit 68 Quadratmetern. Ihr habt ein Schlafzimmer, ihr habt ein großes Wohnzimmer, ihr habt ein Bad. Das ganze Apartment kostet 99 Euro die Nacht. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und schauen es uns an. Kommt mit! Wir haben die Ferienwohnung Nummer 2, welche mit einem normalen Zylinderschloss geöffnet wird. Und wenn man reinkommt, befindet sich genau gegenüber die Toilette, also eine separate Toilette. Ein kleines Waschbecken dazu, Steckdose, Lichtschalter, darüber ein aktuelles Bild von mir. Schöne Wandfliesen, sehr schön gemacht, wo der Trockenspülkasten dahinter ist. Zwei verschiedene Dosen an der Drückerarmatur, Toilettenpapier, mehrlagiges Toilettenpapier, dreilagig mit Edelstahlhalter, Edelstahl, Toilettenbürste und ein Edelstahlmülleimer. Die Toilette ist auch sehr sauber. Es befindet sich weiterhin eine Waschmaschine in diesem Zimmer und zwar von Beko mit einer großen Trommel. Ich schätze mal, es ist eine 10 Liter Trommel. Ja, ein Wäschelständer, falls ihr mal Wäsche waschen wollt. Gehen wir weiter ins nächste Zimmer im Flur. Auch ein großes Bild von mir. Des Weiteren hier ein origineller Kleiderhaken, Kleiderhaken-System. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das funktioniert, aber man muss hier unten rein drücken und dann kommen hier die Haken raus. Und sobald etwas Schweres dranhängt, bleiben die auch draußen. Wenn man die Jacke wegnimmt, klappen diese nach oben. Also drei komplette Haken. Ja, gehen wir erstmal weiter ins Bad. Sehr schön gemacht auch die Fliesen an der Wand sowie auf dem Boden. Ein großes Waschbecken, auch wieder mit Lichtschalter und mit Steckdose. Darüber ein beleuchteter Spiegel oder sozusagen ein Bild mit mir. Das Ganze geht auf Dimmfunktion, also mit Touch dieser Spiegel. Also ihr könnt ihn ausschalten, könnt ihn anschalten. Und ich schätze mal, dass er sich auch, nee, ich dachte, dass er sich regulieren lässt. Das macht er nicht. Heizkörper an der Ecke, zwei Fenster im Bad, immer ein großer Vorteil. Wir haben hier hinten einen Föhn und Toilettenpapier. Aber auch ein Edelstahl, genau wie der Mülleimer und natürlich eine Toilettenbürste. Und auch hier wieder eine sehr saubere Toilette. In der Ecke eine sehr große Dusche mit Glaswand. Also es ist kein plastisches, richtiges Glas. Mit einer abnehmbaren Brause. Eine Hängehalterung für Duschgel und natürlich Haarschampoo. Hinten in der Ecke noch ein kleiner Moiler. Als nächstes kommt das Wohnzimmer. Auf der rechten Seite mit einer gedimmten Lampe. Also dass es nicht so hell wirkt. Eine Leder-Couch steht hier. Das ist sogar Echtleder. Eine richtig große Eck-Echtleder-Couch. So wie ich das sehe, kann man diese sogar ausziehen. Und kann sie sogar als weiteres Bild benutzen. Ne, da habe ich mich getäuscht. Geht nicht. Aber man kann trotzdem zur Not auch darauf schlafen. Einen viereckigen Tisch. Quadratischen Tisch. Mit einer versiegelten Platte obendrauf. Wir haben ein Sideboard unter dem Fernseher. In diesem Sideboard ist leer. Es ist nichts enthalten. Das Zimmer geht raus zur Straße. Das Fenster dieses Zimmers geht raus zur Straße. Gegenüber haben wir die Kirche. Doppelt verglaste Fenster. Von daher gehe ich mal davon aus, dass man nicht so viel von der Kirche hört. Gegenüber liegend in diesem Raum noch ein großes KALAX 16-fach Regal von Ikea mit einigen Büchern zur Auswahl. Und eine Designer-Lampe. Eine Stehlampe, welche man auch zum Lesen benutzen kann. Ganz praktisch ist auch dieser Lichtschalter über der Couch, wo man das Zimmerlicht ausschalten kann. Wir gehen weiter in den nächsten Raum. Als nächstes kommt das sehr große Schlafzimmer mit einem großen King-Sides-Bett. Das sind zwei Betten, sehe ich gerade, welche nebeneinander stehen. Und auch mit zwei Matratzen. Daneben jeweils ein Nachttisch mit einer Lampe sowie eine Fernbedienung für den Fernseher, welcher gegenüber hängt. Über einem kleinen Schreibtisch mit zwei Stühlen. Stoffbezogene Stühle. Eine Lampe auf dem Schreibtisch. Und ja, in dem Schreibtisch ist nichts drin. Wir haben einen Lichtschalter direkt über dem Bett, dass man auch vom Bett aus direkt das Zimmerlicht ausmachen kann. Ansonsten haben wir hier einen Ikea-KALAX-Schrank mit vier Fächern. Und einen großen Bereich, wir haben hier sogar so ein Bügeleisen enthalten, mit Hängefunktion. Letztes haben wir hier auf der rechten Seite noch die Küche mit einem Essplatz für vier Personen. Also man kann hier auch zu viert schlafen. Wir haben auch wieder einen Heizkörper, vier Stühle. Und in der Küche scheint recht alles enthalten zu sein. Wir haben ja Töpfe, Teller, Tassen, Gläser. Daneben befindet sich der Kühlschrank mit Gefrierfach. Darüber ein Toaster, ein Wasserkocher, eine kleine Nespresso-Maschine und eine Mikrowelle. Wir haben ein Pferd von Klatronik mit Backofen darunter, ein Saranfeld darüber mit vier Platten und darüber eine Abzugshaube. Daneben befindet sich dann das Edelstahl-Spülbecken darunter, Schaufel, Spülmittel, Geschirrspül-Maschinen-Tabs. Und dann vermute ich mal, das hier ist die voll integrierte Geschirrspül-Maschine. Als letztes haben wir hier auf der linken Seite noch eine Schublade mit Essbesteck, ein paar Küchenhelfer. Und hier unten ist dann wieder nichts und wir haben auch noch einen Mülleimer. Ja, insgesamt eine sehr große Wohnung mit sehr viel Platz und geeignet für vier Personen, wenn zwei Personen wirklich im Wohnzimmer auf dem Sofa schlafen würden. Unser Resümee zum Wollinger Haus Kandel, ja ein Haus in der Nähe des Stadtzentrums, ein bisschen weiter oben an der Kirche, aber man ist in zwei Minuten im Stadtzentrum, ist man bei den Gaststätten, bei Einkaufsgeschäften wie Metzger, Bäcker, Supermarkt und so weiter. In diesem Haus sind insgesamt vier Ferienwohnungen enthalten. Darunter befindet sich ein Solarium, in welches man auch gehen kann. Man hat einen Gutschein oder vergünstigte Preise für das Solarium. Ja, die Zimmer sind sehr gut ausgestattet, die Küche ist sehr gut ausgestattet mit Mikrowelle, mit kleiner Kaffeemaschine, mit Wasserkocher, mit Toaster, mit Kühlschrank, Backofen, Herd, Spülmaschine und auch Abzugshaube. Ansonsten alles vorhanden, Gläser, Tassen und so weiter. Es gibt eine separate Toilette, in welcher auch eine Waschmaschine inklusive Trockner steht. Ein Bad mit Dusche, mit Waschbecken und Toilette natürlich. Also insgesamt gibt es zwei Toiletten. Es gibt ein Wohnzimmer mit einem Fernseher, einer großen Eckcouch, auf der auch zwei Kinder, zwei Erwachsene zur Not schlafen könnten. Es gibt ein großes Schlafzimmer mit einem Schreibtisch, einem Kleiderschrank und auch einem weiteren Fernsehgerät. Also im Prinzip, man kann hier auch mit vier Personen wohnen. Eine recht große Wohnung ist sehr praktisch, wenn man Platz braucht, wenn man zum Beispiel auch Hunde mit hat. Hunde sind hier willkommen und man hat einiges an Platz, um hier zu wohnen. Gerade wenn man ein bisschen länger her ist, vielleicht zum Beispiel eine Woche. Ja, ansonsten sind Briefkästen unten enthalten. Also man kann sich auch seine Post hierher schicken lassen, wenn man das möchte. Das Haus ist ansonsten sehr ruhig, liegt in einer ruhigen Straße. Man kann schnell Spaziergänge mit den Hunden machen, da man schnell im Feld ist. Innerhalb von fünf Minuten ist man am Feld und kann mit den Hunden spazieren gehen. Die Kirche und der Friedhof ist genau gegenüber. Was auch noch positiv zu erwähnen ist, ist, dass das Internet hier wirklich richtig genial ist. Ja, ansonsten sind hier Bücher enthalten, Infomaterial und, und, und. Ein absoluter kleiner Geheimtipp, wenn man in der Südpfalz mal ein paar Tage Urlaub machen möchte. Man ist überall schnell, denn die Autobahn ist auch gleich um die Ecke. Also man ist schnell in Karlsruhe, in Straßburg, in Heidelberg, in Speyer, in Landau. Also man liegt hier sehr zentral und kommt überall ganz schnell über die Autobahn hin. Ja, und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann schreibt sie doch einfach unten in den Kommentaren. Lasst ein Abo da für weitere Hoteltests. Lasst ein Like da. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Wir danken dir fürs Zuschauen, wünschen dir viel Spaß, viel Erholung, wenn du dir diese Ferienwohnung anbieten solltest. Und nun leg dich wieder hin und schau dir das nächste Video an, was wir dir hier eingefügt haben, welches bestimmt auch noch interessant für dich ist. Ciao und bis bald im nächsten Video. Dein Zusch, Vincenz. Dein Zusch, Vincenz.